Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch dann von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin nun einmal voller Bilder, Francis Bacon und die Fotografie. Ich spreche so ungefähr 50 Minuten und dann freue ich mich wirklich auf Ihre Fragen. In diesem Vortrag möchte ich das Verhältnis Bacons zur Fotografie näher beleuchten und weil wir heute jetzt im Museum Ludwig zusammengekommen sind, lege ich dabei ein besonderes Augenmerk auf das Bacon-Gemälde hier in der Sammlung, die Second Version of Painting 1946, Museum of Modern Art New York von 1971. Zu der Second Version gehört natürlich auch eine First Version, das Painting 1946 und ich erzähle also heute Abend auch die Geschichte von zwei Gemälden, die unmittelbar und ganz untrennbar miteinander verbunden sind. Ich bin nun einmal voller Bilder, sagt Bacon 1979 in einer Diskussion über Kreativität bei zeitgenössischen MalerInnen zu seinem Freund, dem Kunsthistoriker David Silvester. Diese anderen Maler, die wüssten ja gar nicht, was sie malen sollten. Für ihn, für Bacon, sei das jedoch gar kein Problem. Er sei nach eigener Aussage voller Bilder, er habe tausende von ihnen. Das ist sicher sinnfällig für einen erfindungsreichen Erschaffer packender, bedeutungsschwangerer Bildwelten. Es ist aber auch eine akkurate Beschreibung seines Ateliers. Das Wort wörtlich voller Bilder vom Künstler mit einem bunten, knöcheltiefen Chaos aus Büchern, Zeitschriften, Postkarten und Fotografien befüllt wurde. Und was dieses Material jetzt mit Bacons Gemälden zu tun hat, das gucken wir uns heute Abend ein bisschen näher an. Die farbverschmierten Buchseiten und zerrissenen Fotografien erlauben gleichsam einen Blick in den Kopf des Künstlers. Ich lade Sie also ein auf eine Reise in Bacons Arbeits- und Entscheidungs- und Denkprozesse und in die Zeit vor dem eigentlichen Malakt, in der sich aus Milliarden präexistenter Bilder die Ökonografie auf der Leinwand formt. Im Folgenden möchte ich Ihnen zunächst ein wenig Hintergrundwissen zu Bacons Arbeit nach Fotografien vermitteln, um dann einen Überblick über seine Arbeitsmethoden und deren Eigenheiten zu präsentieren. Danach widmen wir uns ausführlicher Painting 1946 und der Second Version of Painting 1946 als Fallbeispiele. Abschließend diskutiere ich, wie Bacons Arbeit nach Fotografien in die Kunstgeschichte eingeordnet werden kann und was dieses Forschungsfeld vor allem im Hinblick auf die Interpretation seiner Werke leisten kann, was vor allem aber auch nicht. Tatsächlich eignet sich Painting 1946 aber auch ganz wunderbar als Einstieg in meine Ausführungen. Francis Bacons eindringliche und ganz eigene Darstellung des menschlichen Körpers brachte ihm internationale Popularität und kunsthistorische Anerkennung. Über seine Arbeitsprozesse und die Herkunft seiner Ikonografie war allerdings bisher sehr wenig bekannt. Der Künstler selbst hielt seine Methoden von der Öffentlichkeit fern und propagierte stattdessen die Idee, seine verzerrten Porträts und deformierten Akte entstünden per Zufall. Eine Vorstellung, die sich hartnäckig in der Bacon-Literatur hält. Über eben jenes Painting 1936 sagte Bacon zum Beispiel Zitat Eines der Bilder, die ich 1946 malte, das aussieht wie ein Fleischerladen, kam mir durch Zufall. Erst nach Bacons Tod 1992 wurde der Inhalt seines letzten Ateliers in der Seven Rees Muse London für die Forschung zugänglich gemacht. Nach dessen Umzug an die Dublin City Gallery The Hulane 1998 begannen WissenschaftlerInnen punktuell aus den Bildvorlagen unter den 4000 flachen Objekten zerschlissenen Büchern, zerknitterten Magazinen, herausgerissenen Seiten, Zeitungsschnipseln, aber auch bunt mit Farbe bespritzten Fotografien sowie deren teils desolaten Zustand wertvolle Hinweise auf Bacons Arbeitsmethoden zu ziehen. Die Bilder und Bildfragmente blieben jedoch lange Zeit nur unvollständig identifiziert und das Material wurde nie umfassend und systematisch mit Bacons Gemälden verknüpft. Und diese Forschungslücke habe ich dann mit meiner Arbeit gefüllt. Im Prinzip wussten wir bereits seit 1949, dass Bacon im Arbeitsprozess auf fotografisches Material zurückgriff. In diesem Jahr wies der Kunstkritiker Robert Melville auf die frappierenden Ähnlichkeiten zwischen Bacons Head Six von 1949 und einer Szene aus Sergei Eisensteins stumpfem Panzerkreuzer Potemkin von 1925 hin. In den folgenden Jahrzehnten entdeckten aufmerksame Kritiker sporadisch einzelne ikonografische Bezugspunkte, besonders zu den fotografischen Bewegungsstudien von Edward Muybridge, die schnell als wichtiger Einfluss auf Bacons Kunst erkannt wurden. Bacon selbst hat allerdings nie erlaubt, seine Arbeitsmethoden in der Tiefe und im Detail zu studieren und er autorisierte nur dreimal die Publikation von Fotografien einzelner Objekte aus seinem Atelier. Vermutlich fürchtete er die Missbilligung des britischen Kunstestablishments der Nachkriegsjahre, dass noch lange die Fotografie nicht im Bereich der bildenden Künste akzeptieren sollte, unter anderem wegen ihrer mechanischen Natur. Die Arbeit von und mit Fotografien war zudem von jeher mit einer gewissen Vorstellung von Bequemlichkeit, Faulheit und fehlender Kreativität verbunden. Trotz der wenigen Informationen, die der Öffentlichkeit zu diesem Thema zur Verfügung standen, bemängelte Norbert Linden an den Gemälden in Bacons Retrospektive an der Tate Gallery im Jahr 1962 ihre Zitat Außergewöhnliche Abhängigkeit von zweiter Hand Bildern, sogar zweiter Hand Vorstellungskraft. Als Konsequenz gab es zu Bacons Lebzeiten wenig Forschung auf diesem Gebiet und seine Materialsammlung konnte erst posthum näher analysiert werden. Seit 1998 wurden dann eine ganze Reihe neuer Bezüge zwischen Bacons Gemälden und seiner Ansammlung an Büchern, Fotografien und Zeitungen etabliert. Die große Menge an Bild-Bildbezügen, die meine neueste Forschung zu Tage brachte, war trotzdem eine Überraschung, besonders wenn man sie gemeinsam mit jenen Bildpaaren betrachtet, die bereits von anderen WissenschaftlerInnen entdeckt wurden. Ausgehend von dem Material in Rees-Mewes konnten so insgesamt 369 von 584 Gemälden, die im 2016 erschienen Francis Bacon Catalogue Resoné aufgelistet werden und einige zusätzliche zerstörte und heute verschollene Gemälde mit einer oder mit mehreren Quellen verbunden werden. Diese fanden sich über alle Jahrzehnte von Bacons Schaffen hinweg, in allen Genres, allen Stilrichtungen und für alle Motivarten. Bildliche Übereinstimmung definiere ich als grob sich entsprechende Umrisslinien von Körpern und Räumen, also Gleichheit in den Dimensionen und Proportionen von Gliedmaßen und Perspektivlinien sowie einer ähnlichen Positionierung zueinander und auf der Bildebene. Das wird gleich vielleicht noch ein bisschen deutlicher, wenn wir mehr Beispiele sehen. Die Tatsache, dass eine so große Menge und über den Verlauf von Bacons Karriere konsistente Anzahl an Gemälden von fotografischem Quellenmaterial bestimmt wurde, lässt die Schlussfolgerung zu, dass dies vermutlich für Bacons gesamtes Werk gilt. Jetzt, wo erstmals alle bisher bekannten Quellen zusammengebracht wurden, kann man jetzt auch beginnen, bestimmte Muster und wiederkehrende Methoden in Bacons Vorbereitungsarbeiten und seiner Entlehnungspraxis zu erkennen und zu interpretieren. Von 1961 bis zu seinem Tod wohnte und arbeitete Bacons in der Seven Rees-Mews im Londoner Stadtteil South Kensington. Zwar arbeitete der Künstler davor und parallel auch an anderen Orten, doch war Rees-Mews sicher der wichtigste Standort in dieser Zeit. Und weil nach 1992 nahezu das gesamte Arbeitsmaterial erhalten werden konnte, ist es das heute bei weitem am besten erforschteste Atelier. Die Tatsache, dass so viele Elemente seiner Ikonografie direkt zu diesem Material zurückverfolgt werden können, macht überdeutlich, dass die scheinbar so sorglos über den Boden verteilten Haufen an zerknitterten Zeitungen und zerfledderten Büchern mehr waren als eine Exzentrizität oder ein reines Nebenprodukt des Arbeitsprozesses. Die Bilder, die Bacon in Rees-Mews akkumulierte, fungierten als mehr als nur eine generische Inspiration. Sie waren ein Bilderspeicher, den Bacon zu dem alleinigen Zweck angelegt hatte und pflegte, um ihn mit Motiven für seine Gemälde zu versorgen. Die thematische Vielfalt, die sich dort findet, ist erstaunlich. Eine ganze Reihe an medizinischen Lehrbüchern wie The Atlas of Regional Dermatology und Positioning in Radiography, Kochbücher wie The Cookbook, The Complete Guide to Selecting, Preparing and Presenting Good Food, finden sich neben Büchern über die Mafia, über Gärtnern, diverseste Tierarten, Film, Archäologie, Okkultismus, Sport, Geschichte im Allgemeinen und den Zwei-Welt-Kriegen im Besonderen. Dazu kommen unzählige Zeitungen und Magazine. Wenig überraschend sammelte Bacon auch Dutzende von Publikationen über Kunst, darunter Monografien über KünstlerInnen von Rembrandt von Rhein bis Marcel Duchamp, aber auch Kataloge seiner eigenen Ausstellungen. Manchmal besaß Bacon mehrere Kopien desselben Buches, so etwa drei Ausgaben von Robert Darley's The Swords of Spain. Zusätzlich dazu wurden zahlreiche Fotografien entdeckt, wie etwa 300 Abzüge oder deren Fragmente von Bacons Fotografenfreund John Deacon, die dieser in Bacons Auftrag zwischen ungefähr 1957 und 1970 angefertigt hatte. Deacon machte Porträt- und Aktaufnahmen von Bacons Freunden wie Muriel Belcher und Lucian Freud, sowie von Liebhabern wie George Dyer. Aus den 1950er Jahren sind einige Versuche überliefert, Porträts nach den physisch im Atelier anwesenden Personen zu malen. Durch diese Bemühungen gab Bacon sehr schnell auf. Stattdessen war er, wenn er arbeitete, allein im Atelier, allein mit Myriaden von Bildern. Während einige, etwa fotojournalistische Abbildungen in Zeitungen, Journalen und Magazinen seine Erfahrung der Welt und der Menschheit erweiterten, ahmten andere sein eigenes Leben in der Fotografie nach. Anstatt nach der Natur zu malen, sammelte Bacon, wie gerade angedeutet, Fotografien seiner Liebsten und basierte seine Gemälde von ihnen auf diesen Bildern. Ebenso verfuhr er mit Büchern über London, wir sehen hier ein Beispiel, der Stadt, in der er ja selbst lebte, und Büchern über afrikanisches Großwild, das er selbst bei seinen Reisen nach Südafrika gesehen hatte. Gleiches gilt für den Stierkampf, den er oft genug in Südfrankreich und Spanien besucht hätte. Sogar die obskursten Publikationen, wie das Buch Fundamentals of Soil Science, also Bodenforschung, aus dem Bacon eine Bodenstruktur von einer dort abgebildeten Fotografie für seine Two Men Working in a Field von 1971 übernahm, haben einen biografischen Bezug. Er las das Buch auf der Farm seiner Schwester in Südafrika und äußerte sich später begeistert über die Zitat Muster in den Feldern, in der Landschaft und insbesondere die ockerfarbene Erde. Material mit einer persönlichen Bedeutung für Bacon bildete in der Isolation des Ateliers also ein privates Simulacrum, also eine Nachahmung, einen Stellvertreter der realen Außenwelt. John Rothenstein, der langjährige Direktor der Tate Gallery und Mitherausgeber des ersten Bacon-Werkverzeichnisses, bemerkte dazu treffenderweise, Zitat, Bacons direkte Betrachtung der Natur ist beiläufig. Es ist das Foto, welches ihm als Fenster dient, durch das er die Welt betrachtet. Bacons Materialsammlung war eine ephemere, höchst veränderliche Entität. Um den Bildervorrat frisch und für ihn als stimulierend zu erhalten, entsorgte er von Zeit zu Zeit große Mengen an Material. Zudem ließ der Künstler einige Bilder bis zur Unerkenntlichkeit zerfallen. Er befüllte den Raum dann allerdings wieder ebenso schnell, wie er das Material zuerst abgestoßen hatte. Darum sind quantitative Dynamiken nur schwer zu erfassen und mit aller Vorsicht zu bewerten. Es scheint jedoch, als ob einige thematische Spitzen chronologisch parallel zu einem vermehrten Auftreten bestimmter Motive auf den Leinwänden vorzufinden sind. Bacon wählte den Stierkampf zwischen 1967 und 1991 fünfmal als Hauptsujet, davon dreimal im Jahr 1969. Die in Rees-Mews noch erhaltenen Bücher zum Thema wurden zwischen 1958 und 1976 publiziert, davon fünf aus zwölf, 1967. Study for Bullfight No. 1 und Second Version of Study for Bullfight No. 1, Sie merken schon, die Kreativität in der Betitelung von 1969 basieren beide auf einer fotografischen Abbildung eines Stiers und eines Matadors auf The Life and Death of the Fighting Bull von 1967, von dem zwei Ausgaben im Atelier gefunden wurden. Einige Motive, so etwa Vögel- oder vogelähnliche Kreaturen, erscheinen durchgängig in Bacon's Werk, etwa im Triptych Inspired by the Orestea of Aeschylus von 1981, das wir uns später noch mal genauer anschauen werden. Publikationen über Ornithologie, wie zum Beispiel Birds of Prey of the World von 1964 und Eric Hoskins' Birds, Fifty Years of Photographing Wildlife von 1979, finden sich ebenso durchgängig in der Büchersammlung. Kommen wir nun zu Bacons Entlehnungspraxis selbst. Ein genauerer Blick auf die Dynamiken innerhalb der Bild-Bild-Bezüge eröffnet gewisse sich wiederholende Muster und Methoden. Deren Analyse hilft uns besser zu verstehen, wie die Bildquelle das gemalte Motiv bestimmt und wie Bacon seine Kompositionen auf der Leinwand aufbaute. Allerdings auch, wie wir sehen werden, wo das fotografische Material für ihn an Bedeutung verliert. Für gewöhnlich gibt es mehr als eine Quelle pro Gemälde oder gar pro Motiv. Diese werden überblendet oder geschichtet oder collageartig aneinandergefügt. Bacons Zitat Tatsächlich verwirren sich Michelangelo und Mybridge in meinem Kopf. Kann man manchmal also durchaus wörtlich nehmen. Der Unterkörper des männlichen Aktes in Study from the Human Body, Men Turning on Light von 1973, bezieht sich vermutlich sowohl auf eine Vorstudie für das Fresco in der Paulinischen Kapelle im Vatikan von Michelangelo, als auch auf eine manipulierte Fotografie eines Man Shadow Boxing von Mybridge. Die zweite Verbindung, die zu der Mybridge-Serie, ist besonders signifikant, weil die Faltung des Blattes in dem wie aufgespalten wirkenden, segmentierten Rücken der gemalten Figur direkt übernommen wurde. Der zweite Teil von Bacons Kommentar verdeutlicht, dass es sich nicht um wahllose Kombinationen handelt. Er erhoffte sich nämlich das eine von der einen und etwas anderes von der anderen Quelle. Er erklärte, Zitat, vielleicht habe ich etwas von Mybridge über die Stellungen des Körpers gelernt und von Michelangelo über die Fülle und Erhabenheit der Form. Und beides lässt er dann im Gemälde verschmelzen. Eine andere Art und Weise, Quellen zu verbinden, nutzte er für Study for the Human Body von 1991. Zusätzlich zu zwei Bildern des Boxers Ivan Durrell, die wahrscheinlich erneut überblendet wurden, ist der Akt zudem auf einer Zeichnung eines Beins aus Bridgmans Complete Guide to Drawing from Life aufgebaut. Bacon verweist handschriftlich in diesem Buch auf den Boxsport, indem er dort den Namen eines Boxers, Mike Tyson notiert, was die Verbindung der beiden Quellen betont. Die deutlich inkongruenten Proportionen der Gesamtfigur lassen sich so vielleicht auch auf die Tatsache zurückführen, dass sie aus zwei verschiedenen Quellen aufgebaut ist. Deren Dimensionen jetzt aber nicht aneinander anzupassen, war eine bewusste Entscheidung. Bacon war dazu in anderen Fällen durchaus in der Lage. Diese Kompositionspraxis verdeutlicht aber, wie der Entlehnungsprozess selbst zu einem bewusst genutzten Stilmittel wird. Oft, so wie es auch bei der Turning Figure von 1963 der Fall ist, stammen Figur und Hintergrund aus unterschiedlichen Quellen. Die Raumsituation dieses Gemäldes leitet sich von einer Fotografie ab, auf der ein Mann auf seine tote Tochter auf dem Gestalt blickt. Das Mädchen wurde 1940 im Zweiten Weltkrieg bei einem deutschen Luftangriff auf Rotterdam getötet. Dieses Bild ist im Buch Total War, Causes and Courses of the Second World War von 1979 oder 1974 abgebildet. Ich weiß es nicht genau, weil zwischen beiden Editionen war genau gar kein Unterschied, deswegen können es beide gewesen sein. Und die waren 1992 in Bacons Besitz. Aufgrund seines Erscheinungsdatums kann es aber natürlich jetzt nicht als Referenz für ein Gemälde aus dem Jahr 1963 gedient haben. Die Fotografie wurde aber im Magazin Picture Post bereits am 8. Juni 1940, kurz nach den Angriffen, publiziert. Da gut bekannt ist, wie wichtig die Picture Post für Bacon war, ist es wahrscheinlich, dass er das Bild von dort kannte. Für Turning Figure hat Bacon die Szene gewissermaßen entleert und aller Details beraubt, auch Vater und Tochter fehlen. Zurück bleibt eine emotional aufgeladene, sich formell am Rande der Abstraktion bewegende Raumsituation, die der Künstler wie der Regisseur eines Theaterstücks mit neuen Protagonisten befüllte. Besonders wegen der scheinbar gekreuzten und gebeugten Beine, aber auch aufgrund des verdrehten Oberkörpers, könnte der gemalte Akt von einer Skizze eines Gefangenen für das Grab des Papst Julius II. von Michelangelo inspiriert worden sein. An diesem Beispiel wird deutlich, dass prominente Effekte im Aufbau der Gemälde, wie in der Bacon-Literatur, die viel besprochene formelle und materielle Isolation der Figur im Konstruktionsprozess vorweggenommen werden. Und Turning Figure stellt jetzt in dem Zusammenhang wirklich nochmal ein Extrembeispiel dar, weil diese Figur also wird wirklich aus einer anderen Leinwand ausgeschnitten wurde und auf diese aufgeklebt wurde. Bacon übernahm, ebenso wie er einzelne Figuren oder Motive übernahm, auch einzelne Farben von den Bildern, die er in seinem Atelier hortete. Deren Auftreten auf der Leinwand blieb jedoch oftmals nicht auf das Motiv beschränkt, von dem sie ursprünglich entlehnt wurden. Für Portrait of George Steyer and Lucian Freud von 1967 übernahm Bacon das Blau-Grün des Vorhangs von einer Farbreproduktion einer Fotografie, die König Hossein von Jordanien zeigt und die 1966 in dem französischen Magazin Paris Match veröffentlicht wurde. Diese Farben fließen nun in alle Bildelemente ein, einschließlich der Katze im Vordergrund. Diese ist aber selbst einer Fotografie entnommen, die 1961 im Buch A Picture of the Twenties abgedruckt wurde. Man könnte meinen, dass Farb-Farbbezüge weniger greifbar seien als solche Zwischenformen. Doch wie wir in diesem Beispiel sehen können, adaptierte Bacon oft Mischfarben. Das heißt, er musste einigen Aufwand betreiben, um dann genau den Ton von der Buchseite in seiner eigenen Mischung an Ölfarben auch wirklich zu treffen. Und zusätzlich verbinden in diesem Falle farbige Fingerabdrücke, Vorlage und Gemälde. Formale Elemente übernahm Bacon selten so, wie er sie vorfand. Vermutlich als Seitenhieb auf seine KollegInnen aus der Independent Group, die in London der 1950er Jahre Protopopart betrieben, sprach Bacon von Mixed Media Elstern, die er ablehnte, weil sie seiner Meinung nach Fotografien nicht in einem ausreichenden Maße transformierten. Ein brauner Pelikan aus The Birds Life Nature Library von 1963 ist ein Paradebeispiel für eine von Bacons eigenen, sehr erfinderischen, bildhaften Umformulierungen. Dieser Vogel dient als Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Bacons Figuren, etwa der Kreatur in der linken Tafel von Tryptik Inspired by the Aristeia of Aeschylus. In der fotografischen Abbildung sieht man den jagenden Wasservogel mit dem Kopf zuerst auf die Meeresoberfläche zusteuern. Bacons Figur allerdings scheint aufrecht zu schweben. Sie verfügt weder über einen Kopf noch über ein Gesicht. Zwischen den Flügeln befindet sich lediglich eine fleischige, undefinierte Auswölbung. Die nach oben zeigenden Vogelfüße wurden durch nach unten hängende Pfoten ersetzt. Die Brust des Vogels wurde in ein konisches Stück Anatomie umgeformt und mit einem Anus ausgestattet, während der Kopf und der Schnabel im Gemälde eine Art Schwanz zu bilden scheinen. Aus einer rätselhaften Öffnung schießt ein Strahl roten Materials. Vielleicht hat die geringe Auflösung der Fotografie und die mindere Qualität des Drucks Bacon dazu inspiriert, die Kreatur nicht mit Federn auszustatten, die wegen der fehlenden Detailtiefe kaum zu erkennen sind. Jedenfalls handelt es sich auf dem Gemälde um einen massiven, glatten Körper. Bei der Transformation der Bildquelle arbeitete Bacon zudem aktiv mit dem Material oder ließ mitunter dessen natürlichen Verfall für sich arbeiten. Das Atelier selbst und dessen inhärente Dynamiken waren somit untrennbar mit dem Schaffensprozess verbunden. Zufällige Veränderungen des fotografischen Materials, etwa durch Alterung und Farbspritzer, entstanden durch dessen unachtsame Lagerung auf dem Boden, teils direkt vor der Staffelei. Aber auch absichtliche Manipulationen wie Faltungen erlaubten Bacon allgemein, die Figur zu erfassen und deren Metamorphose zu proben. Diese Veränderungen bestimmten oft unmittelbar die Erscheinung des Motivs auf der Leinwand, was die Annahme des Kunsthistorikers Martin Harrison bestätigt, dass die veränderten Vorlagen als unkonventionelle Äquivalente für traditionellere Vorstudien wie Skizzen oder Zeichnungen dienten. Ein Zusammenspiel von absichtlichen und zufälligen Veränderungen bestimmt die Ausführung der gebeugten Figur im Vordergrund der rechten Tafel von Crucifixion von 1965. Sie basiert auf einer fotografischen Abbildung des Boxers Max Schmeling aus A Pictorial History of Boxing von 1959. Die Seite trägt Spuren vieler Faltung, von denen einige schließlich in Rissen resultierten. An der Stelle, an der der Arm des Boxers auf der Buchseite von einem solchen Riss unterbrochen wird, löst sich der gemalte Arm in einer fleischigen Masse auf. Auf der Buchseite hat Bacon den Kopf der Figur mit schwarzer Farbe umrahmt, sodass Rücken und Arm der Figur hervorgehoben werden. Beides spiegelt sich im Gemälde wieder. Der Kopf des Kämpfen des Mannes sieht aus, als wäre er nur lose auf dem Torso aufgesetzt worden und die schwarzen Schatten über und unter dem Kopf stimmen mit Bacons Manipulation der Seite überein. Hier nochmal ein extremeres Beispiel. Eine Fotografie von George Dyer, die John Deacon etwa 1963 angefertigt hatte, ist zu einem großen Teil zerfallen, sodass nur noch Augen, Mund und Nase zu sehen sind. Auf der Mitteltafel von Three Studies for Portrait of George Dyer on Light Ground von 1964 ist dementsprechend der linke Teil des Profils, jener, welcher der Fotografie fehlt, dunkler ausgeführt als der rechte. Zudem integrierte Bacon in die Abbildung von Dyers Haar eine Abstufung, die dem physischen Rand des Fotofragments entspricht. Diese antinaturalistischen Veränderungen kann man einerseits als Gewichtsverschiebung eines hyperrealen Ausgangspunktes, nämlich der Fotografie, in Richtung Ungegenständlichkeit in Bacons von ihm selbst als solchen deklarierten Drahtseilakt zwischen Figuration und Abstraktion, auf dem man sich selbst balancieren sah, verstehen. Andererseits folgte er so seinem Wunsch, sein eigenes Bild, Zitat, weiter weg von der Fotografie zu führen. Diese Aussage ist von äußerster Wichtigkeit. Francis Bacon war ein Maler. Das Medium, in dem er sich ausdrückte, war die Ölfarbe. Er wollte nun nichts weniger, als lediglich Fotografien zu kopieren. Bacon nahm der Fotografie als Medium gegenüber dementsprechend auch eine ambivalente Haltung ein und tat sie ab als, Zitat, ein Mittel, um etwas zu illustrieren und Illustration interessiert mich nicht. Und betonte, Zitat, das Letzte, was ich will, ist in irgendeiner Weise fotografisch sein. In der Tat muss man den Nutzen der Fotografie für Bacon in seiner Arbeit stark qualifizieren. Eine der Grenzen, hinter der die fotografische Vorlage für ihn keinen Gewinn mehr birgt, findet sich in der Materialität seiner Gemälde. Der Schwerpunkt der formalen Entlehnung liegt bei aller kreativen Umformung auf den Umrisslinien der Figur. Dies erlaubt, die Quellen überhaupt zu identifizieren, denken wir an den jagenden Pelikan zurück, den Bacon für das Triptych inspired by the Earth Day of Aeschylus so radikal verfremdete. Das Innenleben der Figuren wird allerdings hauptsächlich vom Malmaterial und seiner Handhabung bestimmt. Während sich also Gemälde und Fotografie im Frühstadium des Ersteren nahe standen, folgt eine deutliche Zäsur, wenn der eigentliche Malprozess beginnt. Dies liegt auch an den Eigenschaften des Malmaterials. Ölfarbe wird in der Kunstgeschichte traditionell als viszerale organische Versinnbildlichung von Leben interpretiert. Aufgrund ihrer Textur und Viskosität wird sie oft mit Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen, Haut und Fleisch verglichen. Der Kurator Max Gala betont, Zitat, die Klebrigkeit der Ölfarbe macht sie zu einem Spiegel der gelatineartigen Essenz des Körpers. Das Medium ist also in der Lage, die Substanz, den Stoff der Figur, die sie ausbildet, nachzuahmen, ja mehr noch sie zu verkörpern. Ölfarbe wurde darum in der Kunstgeschichte auch als ein Äquivalent für Fleisch und eine Trope als ein sinnbildlicher Ausdruck für Leben beschrieben. Für einen Maler, der sich wünschte, dass seine Gemälde aussehen mögen, Zitat, als ob ein Mensch sich zwischen ihnen hindurch bewegt hätte. Wie eine Schnecke, eine Spur der menschlichen Gegenwart und Erinnerungsspur vergangener Ereignisse hinterlassend, wie eine Schnecke ihren Schleim hinterlässt. Und der für seine Malerei, Zitat, ein vollständiges Verzahnen von Bild und Farbe, so dass das Bild die Farbe ist und umgekehrt erreichen wollte, waren dies ausschlaggebende Materialeigenschaften und eine zentrale Abgrenzung der Medien voneinander. Fotografie ist zwar indexikal, das heißt, es besteht eine unmittelbare physische Beziehung zwischen Motiv und Fotoabzug. Die Authentizität und Wahrheit mit der Fotografie verknüpft, aber als Gegenstand ist sie doch im Vergleich flach, trocken und geruchlos. Der gestische, expressive, vom provozierten Zufall geprägte Farbauftrag repräsentiert eine klare Abkehr von der Vorlage. Im Zusammenspiel von Motiv, Material und dessen Handhabung verliert die fotografische Referenz ihre Bedeutung. So, bis jetzt habe ich Ihnen ein bisschen einen Überblick über Bacons Entlehnungspraxis präsentiert und jetzt gucken wir uns die Second Version und ihre Quellen noch mal näher an, um die Entlehnungsmechanismen im Detail vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. Die Second Version hier im Museum Ludwig ist buchstäblich eine zweite Version und keine Variation eines Motivs. Zunächst gilt es also zu klären, wovon ist das Bild überhaupt eine zweite Version und warum existiert es? Da liefert der Titel natürlich den entscheidenden Hinweis und wir haben es ja auch schon gesehen, es handelt sich um die Second Version des Painting 1946, das sich bis heute im Museum of Modern Art in New York befindet. Painting 1946 nimmt in Bacons Werk eine besondere Position ein. Seine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt war stark von der Auseinandersetzung mit dem spanischen Künstler Pablo Picasso geprägt. Die Grisei-Figuren in Gemälden wie Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion von 1944 ähneln beispielsweise den abstrahierten Badenden in Picassos Gemälden des Strandes von Dinar aus den späten 1930er Jahren. In Painting 1946 haben wir es jetzt nicht mehr mit einem Biomorph zu tun, sondern begegnen einer deutlich naturalistischer dargestellten Figur. Zudem änderte Bacon hier auch seine Malweise. Der Farbauftrag wird pastoser und gestischer und Hintergrund und Farbe sind stärker miteinander verbunden. Die inkongruente Zusammenstellung von Motiven, also Rinderhälften, ein Mann im Anzug, Gelanden, ein Schirm, Mikrofone und ein Orientteppich, das wirkt wie ein Rückgriff auf den Surrealismus. Bacon erschafft durch die Zusammenstellung und Präsentation der Einzelelemente, eine hoch aufgeladene, bedeutungsschwangere, ja beunruhigende Situation. Besonders unheimlich wirkt die Figur, weil wir ihre Augen und die ganz obere Gesichtshälfte nicht sehen können. Trotzdem scheint der Mann im Anzug zu kommunizieren. Der Mund ist geöffnet, er spricht in die Mikrofone vor ihm, doch letztendlich bleibt er stumm und seine Botschaft entzieht sich uns. Harrison erinnert die Bildsituation an Fotografien von Adolf Hitler und Benito Mussolini, wie sie unter Baldachinen und Schirmkonstruktionen ihre Reden halten. Und in der Bacon-Literatur allgemein wird der Mann im Anzug zumindest als Autoritätsperson gedeutet. Bacon gelingt in diesem Werk endgültig die Emanzipation von Picasso und es stellt die Weichen für ein ganz eigenständiges Kunstschaffen. Der Künstler selbst sah das Werk als epochal und für seine Gesamtentwicklung maßgeblich bestimmend an. Als Alfred Barr die Leinwand 1948 für das MoMA erwarb, war es das erste Gemälde Bacons, das überhaupt in eine Museumssammlung aufgenommen wurde. Aufgrund seines hohen Stellenwerts wollte Bacon Painting 1936 natürlich in der großen Retrospektive gezeigt wissen, die der Grand Palais in Paris für Oktober 1971 geplant hatte. Das Museum of Modern Art weigerte sich allerdings seit 1959 aus konservatorischen Gründen das Bild zu verleihen. Bacon hatte für den pinken Hintergrund Pastell mit Öl gemischt, was sich als nicht stabil herausstellte und Farbfragmente drohten abzublättern. Er entschloss sich also kurzerhand eine zweite Version dieses Werkes anzufertigen. In diesem Fall geht die Genese der Second Version also nicht auf eine kreative, sondern vor allem auf eine pragmatische Überlegung zurück, was aber, wie wir im Folgenden noch sehen werden, den Prozess seiner Entstehung und das Endergebnis nicht minder spannend macht. Letztendlich erlaubte das MoMA dann aber doch, das Gemälde nach Paris zu verschiffen und erste und zweite Versionen wurden nebeneinander ausgestellt. Ich habe Ihnen das mal so rot umrahmt, damit Sie das besser finden können in dem Installationshot. Das erlaubte den Besuchern damals, die beiden Gemälde direkt zu vergleichen und das machen wir jetzt auch. Es fällt sofort auf, dass die zweite Version gegenüber der ersten sehr viel minimaler und konzentrierter gestaltet ist. Viele Elemente fehlen, so etwa der gemusterte Teppich im Vordergrund, die Mikrofone und die Blume im Knopfloch. Der Hintergrund wird zu einer monochromen Farbfläche reduziert. Bacon absorbiert die Entwicklung der Kunstgeschichte zwischen 1946 und 1971 mit immer stärker werdenden Tendenzen zur Abstraktion. Schauen Sie sich die Farbfeldmalerei und den abstrakten Expositionismus hier im Museum mal im Vergleich an. Die Reduzierung der Raumsituation ist eine Entwicklung, die in Bacons Werk bis zu seinem Tod immer extremer werden sollte. Sie erlaubt die totale Fokussierung auf die Figur, die isoliert auf zunehmend abstrakteren Hintergründen platziert wird und manchmal nur noch ganz lose durch Geländer oder ein Rund überhaupt im Raum verankert wird. Die Farbgebung ist insgesamt viel heller, Brombeer und Schwarz werden zu beige, auch im Mantel, Pink zu grell im Gelb. Die Figur in Painting 1946 begegnet uns frontal und wirkt massiv und statisch, wohingegen die in der zweiten Version ungleich dynamischer auftritt. Der Kopf ist zur Seite gewendet, die Schultern leicht entgegengesetzt verdreht, die Beine deutlicher übereinander geschlagen und ein Fuß ist leger auf dem Gelände abgestellt. Insbesondere sehen wir in der Second Version nur die Andeutung von Nase und Augen, wo in Painting 1946 die obere Hälfte des Gesichts in Gänze vom schwarzen Schatten unter dem Schirm geschluckt wird. Wichtige Elemente, die auch in der Second Version eine Aura des Geheimnisvollen und Unheimlichen hervorrufen, bleiben jedoch erhalten, so etwa die Tierhälften im Hintergrund und der aufgespannte Schirm. Durch das Weglassen der Mikrofone und mit einer viel individuelleren Figur scheint Bacon eine Bewegung von einem allgemeinen Statement mit einer öffentlichen Machtfigur zu einer persönlicheren, privateren Geste vollzogen zu haben. Wir erinnern uns, eingangs hatte ich erwähnt, dass Painting 1946 für Bacon als Paradebeispiel für die zufällige Entstehung seiner Gemälde galt. Die Bildreferenzen, die ich für dieses Werk entdeckt habe, widerlegen diese Idee. Auch ohne die Benennung der Quellen kann man natürlich auch an der sehr gut durchdachten vertikal-symmetrischen Komposition, bei der die Bildelemente aber auch hintereinander in den Raum hinein angeordnet sind und der ausgewogenen Farbgebung ablesen, dass dies natürlich nicht stimmen kann. So ein Gemälde erfordert schon ein Mindestmaß an Planung. Diese symmetrische Komposition mit dem prominent und zentral positionierten Schirm geht vermutlich auf eine von Bacon auf Karton montierte Seite aus. »People of all nations, their life today and the story of their past« von 1922 bis 1924 zurück, die nach seinem Tod im Atelier gefunden wurde. Bacon zeichnete auf dieses gefundene Bild dann ein rechteckiges geometrisches Konstrukt, das die ausgeglichene Komposition des Gemäldes von weg nimmt. Eine Quelle für die genaue Form des Schirms habe ich erst letztes Jahr im Zuge einer Ausstellungsvorbereitung entdeckt. Bei meinen ursprünglichen Recherchen ist mir diese Fotografie eines britischen Politikers aus den 1930er-Jahren aus dem Satiremagazin Lilliput 1940 in einer Anthologie des Magazins veröffentlicht und da habe ich es auch gefunden, entgangen. Das passiert auch. Interessant ist an dieser Fotografie, dass das Motiv nun eine tatsächliche Autoritätsperson ist und diese zudem auch noch eine Blüte am Revers trägt. Die exakte Form des Schirms der beiden Kinder aus der ersten fotografischen Illustration hingegen verwendete Bacon für die rechte Tafel von Triptych 1974-77. Hier zeigt sich, dass Bacon Quellen mehr als einmal verwendet, dass zwischen den Nutzungen aber eine beträchtliche Zeitspanne liegen kann. Über Triptych 1974-77 sagte Bacon im Übrigen, es sei ein Zitat, sehr unvorhergesehenes Gemälde gewesen. Spätestens jetzt glauben wir ihm natürlich gar nichts mehr. Die untere Gesichtshälfte stammt, so denke ich, aus dem Atlas Manuel de Maladie de la Buche de Farrings Ediphos Nasal von 1903, von dem im Atelier Fragmente einer anderen Seite gefunden wurden. Bacon kaufte diese Publikation wahrscheinlich schon in den späten 1920er Jahren in Paris. Diese Leerabbildung von Skorbut-Symptomen zeigt aus didaktischen Gründen nur den betroffenen Teil des Gesichts. Und so hat Bacon die Anatomie dann auch übernommen. Röntgenaufnahmen des Gemäldes zeigen, dass eine obere Gesichtshälfte nie angelegt war. Überzeugend als Quelle für Painting 1946 macht diese Abbildung der rötliche Bart und die übereinstimmende Anzahl der Zähne, ich habe sie gezählt, es sind acht. Eine andere Seite des Buches Roses of the World in Color von 1937 wurde ebenfalls im Atelier gefunden. Die Abbildung dieser gelben T-Rose benannt nach der später verschollenen Luftfahrtpionierin Amelia Earhart bestimmt das leuchtende Gelb der gemalten Rose ebenso wie die Form der Blütenblätter. Während meiner Recherchearbeit habe ich mir volumenweise Modezeitschriften der 40er Jahre von Vogue bis Hapers Basar angesehen und da eigentlich etwas ganz anderes gesucht. Vielleicht liegt es an der Farbdrucktechnik der Zeit, dass das pudrige Pink des Gemälde Hintergrundes mir sehr häufig begegnete. Für Tryptych Studies of the Human Body von 1970 hat Harrison vorgeschlagen, dass die hellen Rosatöne im Hintergrund sich auf die Farben von Bacons eigenem Make-up bezügen. Mir erscheint es doch sinnfällig, dass er sich in den 1940ern von solch einer oder einer ähnlichen Make-up-Werbung inspiriert sah, die einen himmlisch pinken Lippenstift anbries. Die Auswahl bestimmter Arbeitsvorlagen ist natürlich eine bewusste Entscheidung, kein Zufall. Denn die Kombination der Quellen, deren Positionierung innerhalb der Komposition und die Verarbeitung verschiedener Quellengrößen möchte wohl überlegt sein. Trotzdem geht es natürlich bei meiner Arbeit nicht darum, unbedingt die Selbstaussagen des Künstlers zu widerlegen. Vielmehr soll auf einer technischen Ebene der bisher unbekannte Prozess der Genese der Gemälde nachvollzogen werden, um diese Vorgänge einzuordnen und interpretieren zu können. Dabei können wir schon jetzt konstatieren, dass wir es mit einem sehr kreativen Kombinations- und Transformationsprozess zu tun haben, bei dem Bacon aus gefundenen Bildern wirklich ganz eigene enigmatische Szenerien erschafft. Welche Rolle spielen nur diese ursprünglichen Quellen für die Second Version? Wie bereits angedeutet, wurden Seiten aus People of All Nations, Roses of the World in Color und dem Atlas de Maladie de la Busche und so weiter 1992 im Atelier gefunden. Theoretisch hatte der Künstler 1971 also Zugang zu den ursprünglichen Bildreferenzen. Möglicherweise hat ihn dann nochmal diese gelbe T-Rose dazu inspiriert, diese Farbe für den Hintergrund zu nutzen, obwohl das Bildelement jetzt im neuen Gemälde fehlt. Die Gesamtkomposition im Sinne der Bildaufteilung und Anordnung der Einzelelemente in der Second Version entspricht exakt dem Vorgängerbild. Weil das Original aber für den Maler unerreichbar in New York hing, muss er vor allem eine andere Art von Referenzen bemüht haben. Er sammelte Abbildungen seiner eigenen Gemälde, die ganz demokratisch, ebenso wie alle anderen Abbildungen, in seinen Bildervorrat flossen. Mutmaßlich nutzte er diese herausgerissene Seite aus seinem Werkverzeichnis von 1964 mit einer Illustration von Painting 1946. Das hielt den Künstler allerdings jetzt nicht davon ab, neue Fotografien zu referenzieren. Bei der Second Version hat Bacon vermutlich, wie auch für andere Gemälde aus dieser Zeit, auf Porträts von ihm, die Deacon in Bacons zeitweiligem Atelier in Roland Gartens im Süden Londons angefertigt hatte, zurückgegriffen. Indizien dafür sind die sitzende Pose und der prominente Mantel. Sich selbst nun in diese ehemals von einer fremden Autoritätsperson eingenommene Position zu platzieren, könnte für das Selbstbewusstsein stehen, dass der Retrospektive in Paris ihm vermittelte, ausgerechnet in der Stadt, die Bacon anachronistischerweise Zeit seines Lebens als das Zentrum der Kunstwelt ansah. So könnte dieses Gemälde subkutan für Bacon auch aussagen, ich habe es in der Kunstwelt geschafft. So, jetzt kennen wir einige Quellen von Painting 1946 und der Second Version. Haben wir damit die Gemälde entschlüsselt und ja quasi den Code zur Interpretation geknackt? Mitnichten. Im letzten Teil meines Vortrags schauen wir jetzt noch mal genauer hin, was die Forschungsarbeit zu Bacon's ikonografischen Quellen leisten kann, vor allem aber was auch nicht. Bei der Auslutung der Grenzen des Nutzens einer fotografischen Vorlage beziehungsweise nämlich auch bei der Frage, was Bacon von seinen Quellen übernahm und was nicht, lohnt sich zunächst ein Blick auf die mit ihnen verknüpften Narrative. Die Erzählung in einer Vorlage wurde nämlich meist ignoriert und schon im Vorbereitungsprozess etwa durch das Herausreißen einer Seite unterwandert. Das macht dann so Leuten wie mir das Leben schwer. Bevor das Buch People's of All Nations als Quelle der hier gezeigten Buchseite bekannt war, stellte die Abbildung ein Rätsel dar. Heute wissen wir, dass es sich um Kinder aus dem heutigen Vietnam handelt und dass die vollständige Bildunterschrift folgendermaßen lautet, ich zitiere sie hier, junge Charm-Dandys, also Charm scheint ein Volksstamm zu sein, tragen fast die gleiche Kleidung wie ihre Schwester, mit Armreifen und Ketten als Schmuck. Der Schirm ist reine Eitelkeit. Dieses Spiel mit Gendereigenschaften könnte Bacon jetzt angezogen haben, aber nichts von alledem floss in Painting 1946, dass kein Bild über Kolonialismus, Südostasien oder kleidungsbezogene Genderfragen ist. Portrait of George Dyer, Staring into a Mirror von 1967 ist gleichermaßen kein Gemälde über Körperertüchtigung und einen gesunden Lebensstil, auf die sich die Referenz Abbildung bezieht. Besonders jedoch wegen des verdrehten Oberkörpers der Figur im Zusammenspiel mit einem Spiegel und der darin zu sehenden Reflexion bietet sich dieses Bild aus My System 15 Minutes Work a Day for health's sake formal als mögliche Vorlage an. Ganz im Gegenteil, Dyer scheint auf einem Barhocker vor einem Tresen zu sitzen. Der ihm gegenüber platzierte Spiegel könnte in dieser Lesart eine Allegorie für den Abgrund sein, den Dyers Alkoholismus im realen Leben darstellte und der zunehmend bösartig auf ihn zurückstarrte. Dyer tötete sich 1971 mit einer Überdosis von Barbituraten und Alkohol, übrigens zwei Tage vor der Eröffnung von Bacons Ausstellung im Grand Palais. Diese Missachtung ausschlaggebender Elemente während des Aneignungsprozesses wie des narrativen Kontexts einer fotografischen Quelle verbietet eng gefasste Interpretationen Gemälde auf Bacons. Ähnliches lässt sich über die Identität einer abgebildeten Person in einer Vorlage sagen, die nicht unbedingt mit der auf dem Gemälde dargestellten Person beeinstimmen muss. Stattdessen hat Bacon fremde Vorlagen genutzt, um seine Wahrnehmung eines Menschen und seiner Identität, seiner Idee von Identität als fluides, flüchtiges Konstrukt im Porträt näher zu kommen. Die Bedeutung solcherlei Kombinationen bleibt oft verborgen und wir wissen nicht, warum Bacon ein Selbstporträt auf diesem grausamen Foto eines schwer verwundeten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg aufbaute, das er spätestens im Buch 1418, das im Atelier gefunden wurde, gesehen hatte. In anderen Fällen bietet Bacons Biografie uns einige Hinweise. Für sein eigenes Antlitz in Self-Portrait von 1956 bezieht sich Bacon formell auf das deformierte Gesicht Charles Lortons als quasi Modo im Film der Glöckner von Notre Dame von 1939. Achten Sie besonders auf die Position der Augen und die seitlichen Auswölbungen des Gesichts. Für Bacon war der Banker und ehemalige Test- und Kampfpilot Peter Lacey die Liebe seines Lebens. Er beschrieb die Beziehung zu ihm aber ebenso als absolute Katastrophe. Gegen Mitte der 1950er Jahre begann die Liebesbeziehung auseinanderzugehen und wurde für den Künstler zu einer Bürde. Ihr Verhältnis war extrem leidenschaftlich, obsessiv. Die beiden Männer teilten sadomasoristische sexuelle Vorlieben, doch Laces neurotische Natur und sein Alkoholismus ließen diese Dynamiken oft aus dem Ruder laufen. Einerseits könnte die Entlehnung von quasi Modus entstellten Zügen also in Bezug stehen zu den realen physischen Verletzungen, die Bacon in dieser Zeit durch Lacey erfuhr. Andererseits könnte die Quellenwahl seinen Gemütszustand widerspiegeln. In seiner eigenen seelischen Not könnte er sich dem einsamen und unter unerwiderter Liebe leidenden fiktionalen Charakter nahe gefühlt haben. Es ist also gut möglich, dass die visuelle Erscheinung und die Geschichte des Glöckners für Bacon im Vorbereitungsprozess als visuelle Metapher gedient haben könnte, die ihm half auszudrücken, wie er sich in diesem Moment fühlte und sah. Weil nun aber die ikonografischen Quellen und Bildbezüge bis vor kurzem schlicht nicht bekannt waren und das Ateliermaterial auch überhaupt nicht dafür gedacht war, es zusammen mit den Gemälden zu betrachten und in deren Kontext zu diskutieren, können solcherlei Kohärenzen eben nur in der Genese der Gemälde eine Rolle gespielt haben und dort nur für den Künstler allein. Wie kann man nun Bacons Arbeitspraxis bewerten und in die Kunstgeschichte einordnen? Bacon bediente sich, genauso wie es viele andere Künstler taten, einiger maßgeblicher Zugkräfte der Kunst des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Zusammenspiel bzw. dem Konflikt zwischen figurativer Malerei, Fotografie, Materialität und Abstraktion. Fotografien wurden von bildenden Künstlern bei Nahseite Erfindung des Mediums 1839 in diversen Funktionen genutzt. In der Malerei sind Gustave Courbet, Edgar Degas, Edvard Munch, Andy Warhol, Gerhard Richter und Jenny Seville nur einige wenige von vielen Beispielen, bei denen Fotografien als Bildvorlagen genutzt wurden. Informelle Kunst, Taschismus, abstrakter Expressionismus, Actionpainting und Farbfeldmalerei sind nur einige von vielen Nachkriegsbewegungen, die sich auf Form und Material anstelle von figürlichem Inhalt konzentrieren. Bacons Qualität basiert darum weniger auf dem, was er tat, sondern vielmehr, wie er es tat und mit welchem Können und welcher Finesse in der Lage war, diese Strömungen zu absorbieren und sich ganz zu eigen zu machen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der bruchstückhafte, sehr kreative, transformative und verfremdende Entlehnungsprozess als bewusst eingesetztes Stilmittel interpretiert werden kann, dass Bacons einzigartige Herangehensweise an Figuration unterstützt und eine ganz spezielle Beziehung erschafft zwischen seinen Motiven und der Realität. Fotografische Quellen müssen wir hier als omnipräsenten Ausgangspunkt verstehen, auf den allerdings letztendlich auf der Leinwand nur recht lose Bezug genommen wird. Sie liefern eine formale Basis und bilden Knotenpunkte der Kreativität des Künstlers. Was sie nicht liefern, ist die ultimative Wahrheit über das Gemälde. Sie sind keine Schlüssel zum Verständnis von dessen tatsächlicher und einziger Bedeutung und dürfen nicht als solche missverstanden werden. Stattdessen würde ich gerne vorschlagen, dass die fotografische Abbildung der Realität, die nicht Bacons eigen ist, diese aber ähnelt, für ihn ein willkommenes Werkzeug darstellt, die verhasste Idee von Illustration, Verstanden als eine Abbildung, eben eine Illustration, seine eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen zu vermeiden. Gleichzeitig erlauben sie einen Zugang zu dieser Realität zu bewahren. Falls Sie mehr erfahren möchten über Bacons Sammlung an Fotografien und wie er diese in seiner Kunst genutzt hatte, empfehle ich Ihnen mal ganz unbescheiden mein eigenes Buch, nämlich das Francis Bacon in the Mirror of Photography, Collecting, Preparatory Practice und Painting, das letztes Jahr bei De Gräuter erschienen ist. Falls Sie mir über den Künstler selbst erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die offizielle Website des Estates of Francis Bacon, dem Nachlass des Malers, wie Sie gehört haben, hatte ich da auch meine Finger im Spiel. Genau, aber was natürlich besonders wichtig ist, falls Sie das noch nicht gemacht haben, dann müssen Sie natürlich unbedingt bei nächster Gelegenheit die Second Version of Painting 1946 hier im Museum anschauen. Vielen Dank. Applaudissements Applaudissements ...